Wo komme ich jetzt hier raus? Ah gut Hä? Bin ich jetzt gerade gestorben? Ja, das ist in eine Schotze. Oh, das ist weg. Das ist ein Schmerzen. Der Maatenkuss ist ein schwerer Fernkampf-Dämon, den in den Langkampf eine Flammenwürfer einsetzt. Der in den Langkampf eine Flammenwürfer einsetzt. Die Armkanone sind die Schwachpunkte. Verstör sie, um sie eine Projektive zu sprechen und seine Flammenwürfer verdammt zu legen. Kontext kannst du mir überdrehen. Aua! Ist das falsch mit dem? What? Ich hab versucht, die Rennen nur zu zielen. Das ist schon nicht mehr mit einer Flammenwürfer. Jetzt kommt es vorbei. Ja, Wasser kommt dann. Eh? Und das 2? Wie soll ich mit 2 zurecht kommen? Alter Wo ist der? Da Ist das der? Ja Das ist der Oh, ich kann hier hinten noch weiter gehen Aber ich komme da gar nicht dran Okay Okay Mann! Was? Ah nein Holy shit ey Das ist auch wieder Ich habe keine Munition Knie nieder Ach er ist auf Ich bleib mal dumm Wie machte ich das schon ne? Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der Was jetzt bitte? Ahm Ach Von hier aus sieht er Ich bin der 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 Wir müssen halt alles einsammeln Heiß, 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 heiß Nein Nichts machen Irgendwas hat das hier zu tun Ich will gar nicht runter Ich muss schlau, oder? Vorne ist eine Kampfzone Habe ich jetzt schon eine Herausforderung abgeschlossen? Entflamme vier Dämonen mit einem einzigen Flammenspülschuss Das heißt, wir müssen auf Flammelfo wechseln Oh Da ist wieder so einer Hast du den? Nicht die schon wieder Alter, das ist gemein Ist hier noch jemand? Nehmen wir auf Ach nee, es gibt noch welche mit Schild Das Plasma-Gewehr kann eine Explosionsschnellzerstörung Wenn du die Explosionen auslöst Im Kontext kannst du mir etwas von Trössler Das Problem ist, ich habe kein Plasma mehr, glaube Das könnte echt ein Problem werden für mich gerade Obwohl Guck mal rein Ne, ne, ne Wir probieren mal was Die halten ja echt was aus Die Schilder Komm Wollt ihr nicht mehr herankommen? Wow Warum? Die brauchen ein bisschen, bis sie ankommen Dann kann ein Verzweck nicht Das ist jetzt gut Komm ran Na, da kann ein Sego echt nicht kriegen das sieht schon wieder hier aus ich glaube wir kriegen gleich ordentlich besuch was soll ich denn da ankommen? was soll ich denn da ankommen? was soll ich denn da ankommen? jetzt was soll ich denn da ankommen? 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 jetzt hat es keinen Nein ich hätte eh drückt gewonnen ich in deinem gesprungen will eine rune. die haben wir ja schon. ach das ist eine luftfeuern. also großartig ist auch relativ gut, aber da kriegt man einen tempoboost, ist ok. das wird ja das nimmer. oh